Dann musste ich zurück in dieses Konferenzthema, da waren 30 Leute da, Laufenberg, Moorhof, Elke Heidenreich, 30 Leute, die hörten, die sogenannte Abhörer war ja früher, das war das Tribunalschlechtling, und da hörten sie am Anfang an und ab und dann mich, das war eine Probe-Modulation, die junge Mann ist hier, und dann möchte sie sich bewerben und bitte ihr Urteil, dann haben sie diese Probe-Modulation gehört. Vor den ganzen Leuten, also Air-Check heißt das woanders, Abhörer, wenn sie löschen, ja, ich kriegte Fieber, ich hab das gesagt, das war's dann, und man sagt, ich hätte nicht gern gemacht, ah, du Scheiße, na, und dann sagte er, und das war fertig, wir alle waren peinlichst berührt, und alle eingeschlossen mir, und dann sagt er, Stimmen bitte? Keiner, keiner hat das gesagt, das war keine Zivilcourage, die hatten alle, hätten sie gern gesagt, haut den Depp in die Pfanne her, aber schnellstens, aber da raus, kein Mensch. Und dann hat der Sturkinger, der hat ja was gerochen, der hat ja so Gefühlen, Feeling gehabt. Er sagt, ja, also, wenn sie keine, keine Stellungnahme dazu machen, dann entscheide ich.